ja so pelz haben wir schon mal unten im wasser ist ein spino ja noch ein bisschen weiter über dass der fluss nicht so breit ist und wieder erklärung für die zuschauer unser dodo ihr seht es hat level 1514 und 1800 leben fast trägt 200 kilo wir können also da auch einiges reinschmeißen wir haben übrigens gesagt da warst du glaube ich nicht dabei bei der überlegung dass wir alles mögliche was esbar ist in den dodo reinschmeißen das ist länger haltbar und dann muss man nicht hier das zeug alles mit sich rum tragen genau also zumindest den nehmen aber jetzt noch nicht oder noch nicht wir sind jetzt erst am flüchten quasi auch noch ein paar pfeile ja ich bin auch gerade am kraften also hier geht ja gar nichts bei dem der baum geht ja nach möglichkeit sollten wir nicht zerhauen eigentlich aber ja der baum geht nicht ja da ist ein koja und ich habe gleich meine pfeile 45 stück reicht doch erst mal gut weiter sagen gehen wir direkt hier runter oder genau zum parase da unten ist ein klar wie ich also ein keine ahnung wie heißt pego was da ja dann später keine axt aber im spär holst auch setz raus ich wollte jetzt nicht auf die auf das dings wechseln auf so ok da fliegt ein paar in deine richtung exer weiß nicht warum jetzt fliegt er in die andere richtung es war alles ok ich prügel mich hier noch mit einem klepp thomas tacks hast du okay der hat den polar gefressen da war aber da ist noch einer hinter dem baumstamm oder oder ich wollte den auch zähmen das war natürlich ja klar ja wir haben da so ein kleines problem da drüben aber wollen wir es riskieren ich würde noch da rechts rüber laufen zu den steinen also in richtung diplodocus vielleicht erst mal ok ich meine so ein pego mastach ist ja jetzt auch nicht ganz verkehrt also die können ganz schön nerven die hoffallen wenn sie dir ständig irgendeinen scheiß rausklauen war doch klar dass ich erstmal was zähmen was ich auch nicht will naja weil du die bären auf der null hast nicht so viele nicht so viel sprinten oder ja ich hab die bären auf der null ich tue da auch wieder welche hin waren auch gerade die mails ja und 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 die kann man schön wohl an die sind mit iran ja sehe ich auch keine fische kann man wohler was ach so du ich dachte mal säbel zähnen säbel zahlen katzen nein nein da sind wir noch in der falschen ecke die saver die heißen hier wird gerade im chat eine gute idee die klauen später mit dem pego mastachs dem dodo die krone vom kopf es bringt ja die die krone wandert nicht ja die die krone kann nicht erobert werden weil sonst würden sich am ende hier welche hinstellen und kurz vorm thronsaal einfach warten bis die krone kommt die krone wandert sobald sie fällt war sie sobald der dodo mit krone tot ist wandert die krone wieder zurück zum eisberg und dann beginnt das ganze spiel von vorne da liegt ein toter dino gebrauchen haut ja ich weiß ich habe gerade zerlegt hast du ja also der hatte ein problem mit mikroraptor aber den mikroraptor habe ich auch gleich mit erlegt und da liegt er genau sehr schön viel haut hat jemand die lederrüstung gelernt dann würde ich ihnen geben ja ja also habe ich gelernt hast du gelernt hier hast du auch ich gebe dir auch mal ein pilz du wirst ja wahrscheinlich auch die andere lernen wenn du noch tragen kannst ansonsten tusten in dodo aber wenn der pego die vom kopf klaut ist das eine regellücke ja zugegebenermaßen wir haben aber gesagt wir suchen keine regel wir suchen keine regellücken ja zugebenermaßen es wäre das theoretisch zumindest eine ja aber wir haben gesagt die kann nicht weiter wandern ja nur ist dann die krone weg oder nicht also ja die krone wird dann droppt quasi ja aber ist das überhaupt kann ich weiß ich nicht ob das ob ich glaube der kann nicht glaubt er nur wenn sie in dem inventar liegt aber wenn was er angezogen hat glaube ich da kann er kann man kann ja und der kann ja auch keinen sattel von dinos klauen habe ich zumindest noch nie gesehen er hat startkläger richten das geht gar nicht um ein weiß nicht wurden überlagen da von oben von ja die flicks gleich hinterher das ist noch nichts ja warum sind die noch hier weil kein hast du eine bola nee die funktioniert nicht ich habe alle getroffen mit der bola scheiße ich bin fast tot macht was tut was schießt ich lauf ja wir sind dabei lasst den dodo tanken zu hoffen ist sie noch hinter mir nein hinter dennoch wer hat wer sagt wer hat muss akku laufen muss muss ablaufen muss weglaufen habt ihr sie sie ist immer noch hinter mir oder ja lauf weiter oh terry nicht zu nah am strand habe ich sie jetzt ja okay dann schießt weiter hopp tot tot okay sehr gut hat jemand die möglichkeit fleisch zu braten ich bin nah tot müsste ich ein lagerfeuer bauen aber ja boah scheiße gibt es die auch noch ja alter ich habe mich echt schon tot gesehen das war haarscharf da haben wir geguckt dass im gestern keine gesehen haben vor allem gut dass du sie früh gesehen hast ich habe die überhaupt nicht bemerkt ich habe gerade meine steine weggeworfen ich trolle ich packe hier hinter den steinen das lagerfeuer gut ja ich brauche noch ein bisschen fleisch wenn jemand noch ein lagerfeuer bauen kann weiß nicht da nur hast du vielleicht noch die möglichkeit ja ich kann auch noch eins bauen ich war auch gleich zu hin dann kann man ein bisschen schneller fleisch durchbraten und sind weniger lang auffällig dafür einmal richtig wir brennen einfach die ganze insel hier ab ist ja nur gut dass die nicht im rudeln aufdachen ja normal sind die schon eher mal zu dritt und so aber so ich schmeiße ich hier dann mal noch ein bisschen rüstung raus ok das ist ja immer im lagerfeuer oh gott dass ich rauspicken was er braucht ja ich lass gleich wieder fallen ich glaube ich habe einen doppelt warte mal der dodo steht man es nah am feuer ich habe deine handschuhe ich gebe es dem dodo ich habe deinen oberteil ansonsten habe ich alles einmal nur andere rüstung schmeißen wir gerade weg dein oberteil liegt daneben gut moment ich schmeiß es auch ein wo sind wir noch keiner doch aber hatte ich nur eine ja moment ich schaue kurz ob es hat mir da gefehlt ach noch ein bisschen feiber moment jetzt haben wir schon bessere rüstung jetzt wird es besser ja gut mit den mit den dings haben wir nicht gerechnet aber ist ja gut ich meine das ist noch eine zusätzliche herausforderung ich finde das gut also muss man nicht rausnehmen wurde gerade geschrieben ich finde das ja oder noch nötig das problem haben alle also von daher vor mir ist noch die hause danke xa ich habe dir alles anheit gegeben kannst du die water skins bauen oder hast du nichts mehr ich habe noch genau einheit ich kann ok da müssen wir eins töten ich kann ja water skins bauen also auch nur eine aber bei mir liegt es nicht am hight warte ich gebe dir meinen hight im dodo xa bedient ich dann kannst du bauen wenn die train er ist die commerce mit 25 oder was nachkommen 21 da sind sie ich habe sie okay nach sie war das gehen kann ich gerade nicht lernen wir fällen da zwei punkte was du dann legst du wieder rein ich habe schickle an ich habe nur feiber ach so das kann ich da dazu legen okay so und zock dann haben wir Koya hast du noch Fiber? im bestimmten moment Dilo! Dilo! Aua! seh nix! Angespuckt aber dann hast du wenigstens die Hight so der ist tot gut ok hinweis aus einem der teams nicht wundern nicht wundern ja ja leute schatz im dodo da sind aus einem der teams wieso warnt er die? naja weil es fair ist so ihr habt das wort des skins im dodo ich stell den kurz ab weil ich geh mal den gleich füllen ja ja ach so davon ist der Terry ach so verdammt viel zeug hier so man muss bei pvp noch viel mehr da unten haben wir jetzt mit den ja das machen wir weg dafür kann ich mir jetzt ein bisschen fleisch rausnehmen bei den lagerfeuern ist dezent heiß müssen wir mal ein bisschen aufpassen mhm ja so puh puh also das hat grad schon ein bisschen geschockt muss ich zugeben mit der Fledermaus aber so müssen wir es halten wenn jemand die Akko vom Vieh hatte wie gesagt ich level auch auf Speed ja apropos da kommt grad das Level das war grad bei der Fledermaus schon gut ich war schon bei 106% und ähm dann kann man ein bisschen weglaufen und die anderen ballern so lange das ist auch so später die Taktik wenn man auf einem Dino hängt oder so und versucht was zu zähmen mhm ich hab einiges an Fleisch jetzt im Gepäck ihr könnt euch auch nehmen ne ich noch nicht ja komm mal nebel und ja ne so ein bisschen neblig diesig ne naja mal gucken wir können dann noch gebratenes Fleisch im Dodo tun es wird jetzt Nacht ja ich würde sagen wir machen dann jetzt aus nimmt sich jeder ein bisschen raus weil es ist Nacht wir sollten jetzt ausmachen ähm ja ja sagst du auch ein bisschen was ja gib mal mit mir den Pteranodon gerade ähm ok hallo ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon unterwegs ne der braucht ganz schön lange deshalb sag ich ja hilf mir ja er ist tot da ist er tot haut machst du? ich versuche ich muss gerade meine Axt noch rein nehmen ich hab die gerade nicht ok Vorsicht da kommt ein Schweig reingelaufen ja hab's gemerkt noch soo hast du alles abgriffen? ich hab alle Lagerfeuer eingepackt ja ok Bola Fiber hat die immer noch Fiber? wahrscheinlich nicht ne? ähm äh ne gar nichts mehr KIA einfach rein platzen wenn irgendwas im Chat ist ne nicht warten bis wir ausgequatscht haben wir sind am Dauerquatschen genau wenn irgendwas ist ja wir schauen alle ganz gebannt zu bisher alle ganz gebannt zu äh KSAR Waterchar ist noch im Dodo falls du noch keinen hast mhm nimm ich mal gleich was soo wer braucht noch Bolas? ich hab noch ich hab auch noch ach schon wieder ein Dilo könnt ihr mir helfen ich bin grad im Bauern und langsam wo bist du? ach da hinten Franzzahlen mhm okay mich zu leben gleich ja wunderbar soo war natürlich wieder super passend der Moment mhm crafting achso mhm kommst du jetzt nach Dodo? ja du bist doch gut mhm haben wir Gamma an? oder nicht? äh da hinten leuchtet ein Raptor Rotko ja halt retur äh ja da sollten wir nicht hin mhm wie schön ja weg bist du fast grad rein ja ich hab's nicht gesehen danke weg 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 gar nicht gar nicht abwarten äh 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 mhm ich würd auch sagen wir machen uns dann mal auf ein Hündchen uns zu hin zu stellen oder? ja wir müssen noch ein bisschen weg hier ja ja logisch ne das meinte ich jetzt das wär's ich lauf dir hinterher du hast eher eine Richtung Saar mhm ja wir haben ja gesagt wir laufen da ein Saar nach weil er sich hier am besten auskennt genau ja beziehungsweise wollen wir jetzt eher hier einen Vulkan zwecks Eisen oder weil wir eher äh bisschen weg also Eisen wäre wichtig dass wir nicht ewig weit rein haben müssen mhm mhm hup würde ich sagen ja 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 seh ich auch so wir hätten übrigens auch die äh Fledermaus mit dem Schild blocken können da nun fällt mir jetzt erst ein ja da vorne ist was am rennen das ähn Pony ist die irgendwas zerklappen ja ja eben deshalb sag ich ja die gehen ja nicht aggro hat jemand schon ne Bola gebaut? äh nicht ne Bola Entschuldigung ne das Slingshot Achtung da vorne schimmerts wieder rot links ich weiß nicht was es ist aber es ist ein roter Schimmer da hat auch noch jemand sein Sternchen an wer? da hat noch da wird was gekloppt irgendwas höre ich ja ja da ist auch was wir sollten auch hier ein bisschen weiter rüber da ist ein Kahn oder oben ein Alpha das ist nicht wahr oder? doch direkt an der Kuppe oben ok aber wir rennen jetzt eh in eine andere Richtung es passt nur wartet ein bisschen der Dodo ist nicht ganz so schnell ich renne trotzdem kurz vor weil ich noch was bauen muss ja unten ist wieder ein Terry Vorsicht wenn wir hier von diesem großen Stein runterkommen ist direkt ein Terry mhm und die Pferde werden auch Akku wenn du zum da dran bist soll mir ein Dodo zum zerlegen ja macht ruhig der hat auch Herzchen ich bin grad glaube ich hier runter kommen komm komm wird schon brauchst du den Code oder weißt du den? Xa oder wie? was? Z-Admin-Icon-Falls einmal eingeben Z-Admin-Icon-Falls ja Z-Admin-Icon-Falls ja Z-Admin-Icon-Zusammen-Falls ähm z-Admin-Icon-Falls z-Admin-Icon-Falls ähm so er ist weg weiss nicht bin ich bei dir muss da nur sagen Moment ne ich habe es vorher auch nicht gesehen also ich dürfte generell ausblendet haben ich sehe jetzt auf jeden Fall auch keine ne ist in Ordnung ne doch bei Xa ist an noch Z-Admin-Icon-Falls ach so Icon hat auch noch mit drin mhm Z-Ad- ach da ist noch ein Dodo Z-Admin-Icon Z-Admin-Icon Leerzeichen-Falls so da ist noch einer komm mal ein kleiner so jetzt muss ich es weg sein äh ja hast du noch ein bisschen Fiber? äh äh nein warte warte okay dann habe ich jetzt die einzige ähm Slingshot okay und ich habe vergessen meinen Wasserbeutel aufzufüllen ähm hast du Beeren? ja habe ich sonst hätte ich gesagt du geh zum brauche grad kein Wasser aber ähm naja wir werden schon irgendwo in der Nähe von Wasser mal auftauchen Slingshot hast du gesagt Moment ich schau mal Slingshot habe ich jetzt gebaut eine wie gesagt das macht schon Sinn ich auch wenn wir mal einen Raptor bowlern kann man so zähmen also ich ich bin gerade am bauen brauche nur noch ein bisschen Fiber sehr gut dann könnte ich für Xa auch eine machen ich glaube wir sind ganz gut weggekommen vom ich geh mal kurz ans Wasser ihr seid da oben ja ich glaube wir sind ganz gut weggekommen vom Rest wir haben uns da abgeseilt vielleicht vielleicht eine gute Idee ans Wasser komme ich ans Wasser komme ich hier nicht da vorne ist ein Kano ein Alpha Kano links von dir ist ein Terry ja ja das habe ich gesehen Alpha Kano ist vorne ja das das ist das was ich meine das ist Richtung dem Ort wo wir eigentlich hin wollen da ist ein Alpha Kano im Aufgang ja wobei ich würde es eher hier hoch rechts abbiegen ne dachte ich mir auch ja du wolltest in die Schlucht da oder genau ja 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 gut da ist ein Kompi ok drei 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 mehr Kompis drei ist das schön dass wir uns nicht gegenseitig vetern können achso ja stimmt ich muss ja gar nicht aufpassen ok mein Problem ist wo ach da noch irgendwo alle ja da ist noch einer da ist noch einer ok ach da ich habe nur eine Keule gerade so so alle tot ich brauche Pfeiber ich muss mir Sperre bauen ich habe gerade keine mehr oh der Schrei passt gerade super Fiber hast du noch Fiber da Xa hast du eine Slingshot nein aber noch nicht ok ich lege da eine im Dodo und Fiber bitte dazu und das restliche Fiber lege ich da auch rein naja ich habe gerade das Slingshot gebaut weil ich genug hatte alles gut warum sind hier keine Büsche wir kommen schon wieder zu Büschen keine Sperre ja ich habe halt keinen Sperre jetzt gerade ne also einen doch einen kann ich bauen von dem Fiber dann komm her ich gebe da einen ab dann haben wir beide zwei ok so liegt auch im Dodo das waren halt gerade Beton äh kann man nix machen ja ja das ist man auch gewohnt von denen dann ab dafür das Slingshot hast du auch rausgenommen g'sa? ja die ist noch drinnen gewesen ja ich habe mir eben selber eine gebaust ja gut dann haben wir einen Ersatz ja kann der Dodo auch mit Steinen schneisen jetzt haben wir Steine im Weg und links kommt der Alpha Kano müssen wir mal gucken einen müssen wir wahrscheinlich weg kloppen hier ja ja dann machen wir oben ja oder? oberer? na gut wenn dann oben damit wir nicht zu nah am Kano sind ja hmmm überladen oh geht die Sonne schon wieder auf mhm naja wir haben da ist noch einer drunter ähhh öh böh nö hier kommt man durch hier denn irgendwas direkt der Dodo auch? so schau ich gleich kom mit ja der kommt oder und? ja kommt durch und Koya du hast denn dein Tragetier am Rücken ja auch noch dass du beladen kannst Achso, das zählt nur Hälfte, ne? Du hast nur die Hälfte, genau. Ja. Hier kommt man durch. Könnt ihr mal noch Fiber und... Oh, da ist der Alpha-Kano, da langsam zurück. Fiber und Steine bitte kurz in Dodo schmeißen. Alles, was ihr habt. Oder was heißt, nichts mehr. Fiber nicht viel, aber Steine würde ich nehmen. Wer hat gerade nicht? Moment, irgendwo müssen noch ein Paket Steine liegen. Habe ich gerade weggeworfen. Ja, ich freue mich noch zwei Fiber und 20 Steine. Ach, 25 Steine hast du, Fiber habe ich nicht. Leute, ich will mich jetzt nicht aufdrängen, aber... Da ist ein Kano, ein Alpha. Bewegt mal euren Arsch, da ist der Alpha-Kano und der ist jetzt gerade so, dass wir vorbeikommen. Ich weiß nicht, wenn der näher hierher wandert. Wo ist er? Ich würde sagen, der ist links und wir gehen jetzt hier rechts hoch in Richtung Iguanodon. Okay, Moment. Ja, Dodo folgt mir, ist okay. Xa, kommst du auch? Ja, ich bin schon da. Okay. Dass wir da erstmal den passiert haben und dann haben wir Ruhe. Gut. Hoffe ich. Bis zum nächsten Alpha. Naja, das sind echt viele hier. Moment. Naja. Gibt gut Level, wenn wir es kriegen. Die Schlucht sieht frei aus. Da oben gibt es Fiber. Ihr habt alle noch Fiber geschrieben. Baut die kurz ab da. Schon dabei. Gut. So, nun sind wir glücklich, bis jetzt zu einer Fahrt. Das ist super. Auch schon eine Schmissi, nee, Schmissi braucht ja erst Eis. Ja, damit sind wir doch eigentlich ganz gut beieinander. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt hier die Schlucht entlanglaufen. Oder wir gehen direkt auf den Berg hoch, weil hier geht es dann um die Ecke eisen. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Berg. Kommt hier nochmal Wasser? Wisst ihr das? Nur wenn wir ganz durchlaufen, da kommt nochmal ein Fluss. Okay, das wird dann so das Problem. Bis zur 10-Tour muss ich durchkommen. Irgendwie schaffen wir es. Ja, sie regnet es vorher auch mal, oder? Ja. Weil hier ist halt heiß. Ja, Regen wäre jetzt gut. Notfalls ziehst du nachher Fiber-Rüstungen. Ich kriege hier einen kommenden Fail. Wir machen heute keine Fails. Sag doch was, Xa. Eigentlich hätte ich gedacht, ich kriege mit einem Headshot. Hast du ihn immer? Mann, ich kriege es wieder ab, weißt du? Der schießt auf den und wer wird angespuckt? Finde ich aber jetzt gut. Dann richte ich natürlich. Sonst bin es immer ich, wenn du scheiße passt. Was ist das? Mag auch. Ja, werde ich auch. Ich habe keine Richtung, aber ich folge es auch. Du folgst einfach der grünen Schrift. Moment, ich bin überladen. Ich darf nicht so viel sammeln. Das ist so dieses SOTF-Phänomen. Du kannst nicht rumrennen, ohne eh zu spammern. Das nur bei SOTF geht es gut. Hier ist es ein bisschen scheiße. Hier bist du dauernd überladen. So, aber ich wäre ein Dodo wenigstens. Also der kommt gut mit. Ja, der krechts und kreisch. Der ist ganz aufgeregt, will König werden. Wir müssen ihn gleich benennen. Das ist Königin Heinz. Ach so. Ja, habe ich mir einen Punkt gemacht. Königin Heinz. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hier kann man doch gerade. Ist das Königin Heinz die Dritte? Ist das Königin Heinz die Dritte? Ja, theoretisch zumindest. Mail. König Heinz ist es sogar. Oh Mist. Options. Name. Ah, dann ist es eigentlich der Erste. Ja, dann macht König Heinz der Erste drauf. König Heinz der Erste. So. Dann bitte. Ja, sehr schön. Das passt. Als nächstes brauchen wir dann ein Weibchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Königin Heinz wieder. Ganz klar. Ach so, was ist, wenn wir den zur Krönung bringen? Was? Ja, was ist, wenn wir gar keinen zweiten brauchen? Ja, das stimmt eigentlich. Ich gehe davon auf jeden. Das ist überhaupt nichts. Du solltest dich was schämen da. Nur, dass du überhaupt jetzt gesagt hast, unseren zweiten Nennwert dann. So, Wasser. Wasser? Oh gut, Wasser. Moment. Soweit ich sehen kann, auch nichts Gefährliches, dass du hier rumkrebst. Mhm.